Bhagavad Gita, Vers 4.16 Selbst die Intelligenten können nicht genau zwischen Handeln und Nicht-Handeln unterscheiden. Ich werde dir nun erklären, was Handeln ist, und wenn du dies weißt, wirst du von allen Sünden befreit sein. Erklärung Wenn man im Krishna-Bewusstsein handeln will, muss man den Beispielen vorangegangener echter Gottgeweihter folgen. Dies wird im 15. Vers empfohlen. Warum man nicht unabhängig handeln soll, wird im nun folgenden Text erklärt. Wie schon zu Beginn dieses Kapitels erwähnt wurde, muss man, um im Krishna-Bewusstsein zu handeln, den Unterweisungen eines autorisierten Gottgeweihten folgen, der sich in einer Nachfolge von geistigen Meistern befindet. Die Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins wurde zuerst den Sonnengott gelehrt. Der Sonnengott erklärte sie seinem Sohn Manu. Manu gab sie an seinen Sohn Ikshvaku weiter, und seit dieser fernen Zeit ist diese Wissenschaft auch auf unserem Planeten bekannt. Deshalb muss man dem Beispiel vorangegangener Autoritäten in der Nachfolge der geistigen Meister folgen. Andernfalls sind sich selbst die intelligentesten Menschen über die einfachsten Handlungen im Krishna-Bewusstsein im Unklaren. Aus diesem Grund entschloss sich der Herr, Arjuna, direkt im Krishna-Bewusstsein zu unterweisen. Weil der Herr, Arjuna, direkte Unterweisungen gab, wird jeder, der dem Beispiel Arjunas folgt, mit Sicherheit nicht verwirrt werden. Es wird gesagt, dass man nicht durch unvollkommenes experimentelles Wissen bestimmen kann, wie Religion ausgeübt werden soll. In Wirklichkeit können die Prinzipien der Religion nur vom Herrn selbst festgelegt werden. Dharmam hi sakshat bhagavad pranitam Niemand kann durch unvollkommene Spekulation ein religiöses Prinzip schaffen. Man muss dem Beispiel Großautoritäten folgen, wie Brahma, Shiva, Narada, Kumara, Kapila, Pralada, Bhishma, Shukadeva Goswami, Yamaraja, Janaka und so weiter. Durch gedankliche Spekulation kann man nicht herausfinden, was Religion oder Selbstverwirklichung ist. Aus seiner grundlosen Barmherzigkeit gegenüber seinen Geweihten erklärt der Herr daher Arjuna direkt, was Handeln und was Nichthandeln ist. Nur Handlungen im Krishna-Bewusstsein können einen Menschen aus der Verstrickung in die materielle Existenz befreien.